Hey Freunde, damit kommen wir zur Rostmeister-Herausforderung, Phase 4 von 5. Triff Schwachstellen beim Abbauen. Insgesamt müssen wir da 20 Schwachstellen treffen. Schwachstellen sind natürlich hier diese Kreise, wenn ihr irgendwo gegen klopft. Umso besser ihr die trefft, umso schneller ist die Aufgabe abgeschlossen. Eigentlich ist die Aufgabe recht schnell abgeschlossen. So, und wie ihr seht, ist sie damit dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns zum nächsten Clip. Ciao!